Loll, ey, er hackt! Er hackt! Er hackt! Wir haben einen Hacker in unserem Team! Ja, er hat sich grad zurückgebackt! R-E-W-R-M-S-I-D B-U-S-I-U-S B-U-S-I-U-S Leute, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge von Hack Wars Bounce, Bounce, Bounce Mitarbeiter heute, liebe Sturmwaffel Ade, Guten Tag, Hallo We are we are we Hackwars war Hackwars Witz da, war ich Nicht mal Hey, wach, Zweck Und ich habe ein Segway und Fahrda mit in den Bach Apo, das ist ein Lamborghini Das ist doch Mann, bist du dumm oder so, Junge? Hä? OMG, lol Freunde, wir hatten ja letztes Mal das OP-Schwert Und wir haben das Ganze nochmal ein bisschen ausgebessert Beziehungsweise ich bin hingegangen Und habe den Kommentar sehr, sehr, sehr filigran, sag ich mal Verändert Ich bin hingegangen und habe den Kommentar auf ein Goldschwert geändert Habe jetzt einfach mal geguckt, dass wir so ein Schwert mit 14.000 Attack-Damage bekommen Guck mal, dieser dumme Horensohn, der baut dir alles zu Ich habe gesagt, dein Ernst, wieso? Findest du das? Gibt mir das Schwert Dieses dumme Arschloch, Mann Jetzt gibt mir das Schwert Freddy Ja Ich glaube Ja Ich werde heute nicht die Jätener trollen Ich werde dieses riesige Arschloch von Teammitglied hier trollen Was ist denn los mit dem? Der baut hier alles zu, der Wichser Der hat auch eben versucht, den Weg unter mir abzubauen, der Penner So Leute, jetzt wird hier erstmal schön in die Mitte geklärt Aua, ich verbrenne, ja geil Geiles Leben, Alter Hast du den da unten eingesperrt? Was? Hab ich nicht Der hat aber einfach Leute hier einfach umgebracht So, ihr seht das Hast du gerade gesehen, wie ich die Mitte kläre? Das ist einfach nur voll unten Hä, ist es nicht? Ja, ist es auch nicht Ist es voll real? Und Bam, Junge! Nice Okay Ähm, ich werde mich auf jeden Fall gleich, wie gesagt, diesem Arschloch mal widmen Aus unserem Team Freddy, ehrlich Sag mir bitte wirklich, wie dein Name ist Ich, ich, ich schwöre dir Ich sage es dir die ganze Zeit Ich baue das Bett ein, Alter Guck dir diesen Arschloch an, Mann! Mann, du dummer Wichser! Hör auf damit! Dieses Stück Scheiße, Mann! So So Okay Ich glaube Ich glaube, dem laufen wir jetzt mal hinterher im Game und schauen wir, was der macht Kommt einer zu uns Ja, das ist mir jetzt egal, Freddy, ich habe jetzt hier eine andere Mission Ich werde diesem riesigen Arschloch, was die ganze Zeit hier unser Team abfuckt, mal eine Lektion erteilen Pass mal auf, mein Freund Wer ist das denn? Ich will auch wissen, wer das ist Hier dieser Ja Kup Sackup Jakub Sackup Sackup, Jakub Sackup, Alter Das ist ein Jakub Sackup Das ist ein Wichser So, warte mal, pass mal auf Jakub Sackup Get erst mal down, Alter Dummes Arschloch Okay, das klappt nicht Also, High Minutes Okay, es hat nicht funktioniert Alles klar, das Loll, er hackt! Er hackt! Er hackt! Wir haben einen Hacker in unserem Team Ja, er hat sich gerade zurückgebackt Er hat sich gerade zurückgebackt Er baut auch Er baut alles gerade ab Er baut alles einfach ab Loll, Freunde Okay Nice Das ist natürlich jetzt nice Wir stellen das OP-Schwert erstmal ein bisschen hinten an Und spielen mal mit diesem kleinen Jungen hier Hi, Jakub Na? Es ist so gut, wenn wir den Hacker haben Ja, richtig nice eigentlich Dieses dumme Arschloch Er baut jedes Mal das Drecksding wieder zu Das ist erstmal für dich Ich hab unseren Ball komplett zugebaut jetzt Du dummes Wichschkind Guck mal hier Was geht? Guck mal hier Ja, das ist dieser Jakub-Wichser, Mann Hä? Warum brennt der? Ja, weil ich ihn angezündet hab, das Stück Scheiße Ich will nochmal sehen, wie du hackst Komm Zeig nochmal, wie du hackst Zeig nochmal, wie du hackst Zeig nochmal, wie du hackst, Jakub Komm Mach nochmal Mach nochmal Bist gerade zurückgeflogen Hab ich gesehen, ne? Meinst du, ich merke das nicht, ne? Meinst du, ich bin ein dummer Admin, ne? Guck da Er baut die anderen Spiele ein Jakub, du bist ein dummes Arschloch, bist du, Mann Du bist der asozialste Hacker der Welt Wir haben noch ein, zwei andere bei uns im Team Die auch die ganze Zeit uns einbauen Jakub, hier Richtig fies Jakub Und auch einer, der immer den Weg abbaut Was ist denn falsch bei dir? Jakub, nimm doch den Bogen Du bist so ein dummes Arschloch, Jakub Du bist der letzte Mensch, bist du Warte mal, pass auf Ich hab so viel Spaß gerade mit dem Pass auf, pass auf, Kevin Ach, Kevin, sag ich so Ja, ich bin nicht, Kevin Pass auf, ich bin gerade auch AFK Und jetzt baut er mich ein Das ist ein dummer Hurensohn, Mann Was für ein Arschloch, Alter Er hackt einfach Und das ist auch der letzte Assi Guck ihn dir an Guck ihn dir an, Mann Wir haben ein komplettes Assi-Team, Alter Guck dir das an, Mann Die bauen mich alle ein Guck mal, Freddy Jakub baut gerade unser Bett frei Ja, nimmer, Typ Danke, Jakub Ich will unbedingt wissen, was er vor hat, Freddy Ich will nochmal sehen, wie er sich zurückbackt Die kommen zu uns, die Grünen Er baut mich einfach ein, dieser Assi Die Grünen kommt zu uns Ich baue gerade ein Ich schieße gerade ab, meine Jakub ist gerade irgendwie verbrannt Keine Ahnung, warum Ich weiß absolut nicht, was passiert ist, Freddy Auch er hat die Runde verlassen Er ist einfach rausgegangen Was? Er chillt einfach rein und geht eiskalt raus Was für ein Wichser, Mann Ich bin die ganze Zeit hier auch ordentlich am Start Wir haben aber auch ein richtiges Scheiß-Team, ne? Ich finde es toll Guck mal, der Zauber Der ist auch richtig Also, Leute Ich weiß nicht, ob es jetzt real war Aber ich würde sagen Auf jeden Fall Anhand der Aufnahme eben Dass er gehackt hat, oder? Gabe hackt? Was? Also, ne, jetzt mal ehrlich Ich spiele das hier nochmal ein Deshalb werde ich ihn jetzt einfach bannen, Alter Komm, das ist mir zu blöd Mann, ey, er hackt! Er hackt! Er hackt! Wir haben einen Hacker in unserem Team Er hat ja auch gegrieft, Alter Das ist halt auch Verhalten Also, den Verhaltensband kriegt er auf jeden Fall Ja, guck, mach's gut, ne? Dank an dich Junge, was soll denn das? Hallo, was soll das? Da Ich bin auch die ganze Zeit Ich hab da Spaß, ey Was geht denn bei Rot, Alter? Die haben voll die Treppe gebaut Was machst du? Ich mach gar nichts hier Was machst du, Alter? Vollkommen in Skala Junge Richtig asoziert Ich schieße sie einfach noch mit dem Bogen ab dazu Um die noch mehr abzufallen Warte mal, warte mal Lass mal, lass mal, lass mal Jetzt müssen wir zurückgehen, lass mal zurück Pass auf Freddy, wir bauen zu, wir bauen zu Und jetzt will ich sehen Irgendeiner von denen wird locker ausrasten Was ist das für eine Runde, Mann? Was sind das hier für Menschen? Freddy, das ist wie im Zoo Die haben resigniert jetzt Das ist vorbei Was geht bei dir, Alter? Das ist wie im Zoo hier, Mann Die behalten sich wie die letzten Affen Die brauchen einfach ein bisschen mehr Lava in ihrem Leben Oh Das Bett von denen ist dauernd Ja Oh Ja, lass ihn mal nicht töten, ne? Wer hat das denn abgebaut? Ja, weiß ich nicht Ich glaub, einer von uns Was soll's scheiße? Revi, lass das Bitte? Du kriegst direkt einen Schlag So, zack Direkt zurück hier Wer war denn da hinten drin in dem Loch? Keiner Da oben der Das ist ein Ass Und dann stört der so richtig dumm Die haben mich noch nicht gesehen, Freddy Die haben mich noch nicht gesehen, Freddy Die haben mich noch nicht gesehen Ich sneak Ich sneak gerade genau neben ihnen Die haben mich noch nicht gesehen Die versuchen immer noch den Bedrock mit der Hand abzubauen Guck mal, Freddy, siehst du mich hier unten, siehst du mich hier unten, siehst du mich hier unten, Freddy, schau Er hat komplett aufgegeben Die haben sich mit Bedrock eingebaut Normalerweise ist das die beste Zeit zum Aufnehmen, weil die ganzen Sonderschüler hier rumkann Melde dich, Alter Assis, melde dich Ja, es geht PvP Ja, du sagst es Holt halt TNT Ja, weil man damit Bedrock sprengen kann Lass ihn mal holen gehen Lass ihn mal holen gehen Und die rennen wirklich nach hinten hin und holen TNT Und versuchen das Ding Freddy, Freddy, sag, gib denen hier TNT Sag, du hast TNT Und dann gibt denen das Und dann will ich sehen, wie die versuchen das kaputt zu sprengen, den Bedrock Novedian hat auch keinen Bock mehr Angreifer 99, Last Man Standing Der kriegt auf jeden Fall einen Preis, Alter Ich habe Skate-BVP das TNT gegeben Okay Was für ein Mensch Was? Der nächste Pass auf der nächste, Freddy Der nächste kommt weg auf der nächste Sprengen Hör nicht auf, er macht einfach weiter Er macht einfach weiter Seid ihr fette Hacker-Bande Mit TNT Seid Skate-TNT-V, du bist der Boss, Alter 195, du stehst doch drin Ja? Sag, es ist Bug oder so Ist ein Bug, ist ein Bug Und du kannst dich angreifen Bei mir ist Bug Ich gebe ihm nochmal ein bisschen TNT, dem Skill-PVP-Typ Er läuft aber diesmal weg Diesmal läuft er weg Was für ein Team Was für Menschen Er geht ja schon wieder Und guck mal Wie die auch alle mit ihren Standard-Skins hier rumlaufen Was? Was? Okay, warte Okay, ich lasse TNT droppen auf die Los, Skill-PVP Skill-PVP, wir lauf Skill-PVP, renn schon richtig zur Base zurück Neun Paluten Der andere ist einfach gegen die Wand gelaufen und runtergefallen Okay, erstmal unser Team aus Rotten Skill-PVP, was mit dir? Wir gucken, was er noch vor hat Ich will noch sehen, was er... Freddy, ich muss diesen Menschen erforschen Wie diesen anderen Typen eben Kommt, was hat er vor? Was hat er vor? Hat er resigniert? Gibt er auf? Nein Ne, er setzt in die Mitte TNT gerade Scheint eine Verteidigungstaktik zu sein Krieg ihn Krieg ihn Wie das aussieht, Alter Jetzt ist es vorbei Kann doch nicht sein Was macht der Junge? Man, Skill-PVP Er gibt aber nicht auf, ne? Nein! So, pass auf, jetzt gehen wir noch zu Zao Das war's, das war's Wir sind alle tot Zao wird gerade von Angreifer getötet So, pass auf, geben wir den Game-Mod 0 Game-Mod 0 So Moment, Slash Komm her Freddy, Game-Mod 0 Ich bin da, okay, ja Lass dich töten von ihm, lass dich töten von ihm Ja, okay, jetzt bist du dann Freddy Na, aber einmal Nein Was? Wie konnten wir das noch gewinnen? Und Skill-PVP schreibt er doch GG Das war mit Abschneidung die witzigste Runde Hack war es seit langen, Leute Lasst auf jeden Fall dafür einen Daumen hoch da Hacker in der Runde gebannt Und auch noch Skill-PVP, den Boss dabei gehabt, Leute Richtig geil Macht's gut, haut da rein Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut da rein Tschüss Ciao, ciao